In diesem Video zeige ich euch, wofür die For-In-Schleife ist. Erinnert ihr euch noch an die For-In-Schleife? Die schien perfekt zu sein für Arrays, man brauchte nicht viel machen und die ist über jedes einzelne Element des Arrays drübergegangen. Und trotzdem war es die langsamste von allen Schleifen, mit Abstand. Und ich hab euch gesagt, dass diese Schleife nicht für Arrays gemacht ist, aber wofür ist sie dann? Probieren wir das mal aus, öffnet wieder die Konsole und jetzt erstelle ich mal eine Variable a und die setze ich auf ein Array mit dem Inhalt abc, ich erstelle das Array mit der Split-Funktion. Gucken wir uns das Array mal an und jetzt schreibe ich mal eine For-In-Schleife, das heißt for, dann var, also eine Variable erstellen, i in a, also a ist das Array, über das wir drüber iterieren. Und jetzt möchte ich die Keys ausgeben, also die Indizes von a, aber statt die Alert-Funktion zu benutzen, stelle ich euch jetzt mal eine andere Funktion vor und zwar Console.log. Das hier, wo wir uns aufhalten, das, was ich immer sage, was ihr öffnen sollt, ist die Konsole. Und man kann auf die Konsole zugreifen über dieses Objekt-Console, das sich hier drin befindet. Und an diesem Objekt-Console sind verschiedene Properties, unter anderem auch das Log-Property, die Log-Methode. Und mit dieser Log-Methode kann man etwas in die Konsole loggen, also in die Konsole eintragen quasi oder so aufzeichnen. Führen wir das mal aus und jetzt bekomme ich hier die verschiedenen Keys ausgegeben. Für jeden Key wurde Console.log einmal ausgeführt und das hat dann den Key, den Index hier in die Konsole eingetragen. Ich habe immer noch die Cast-Instanz aus dem letzten Video hier und jetzt mache ich mal was. Ich ersetze das Array mit der Cast-Instanz. Und was jetzt passiert ist, wir bekommen all die Properties von Cast. Seht ihr es schon? Als wir über die Arrays iteriert haben, war die forIn-Schleife die langsamste Schleife, weil sie nicht für Arrays gemacht ist, sondern für Objekte. Die forIn-Schleife iteriert über jedes Property eines Objekts. Und Arrays sind auch Objekte und die Indizes eines Arrays sind die Properties von dem Array. Aber wenn ihr jetzt sehr aufmerksam seid, sagt ihr jetzt vielleicht, aber Moment mal, das Length-Property ist auch ein Array-Property, aber die forIn-Schleife hat nicht über das Length-Property iteriert. Das ist wahr, aber schaut mal. Jedes Objekt hat die Funktion Property isEnumerable und die sagt, ob eine Schleife über ein bestimmtes Property iterieren darf oder nicht. Und wenn wir die nach der Length-Property fragen, dann kommt false raus. Die forIn-Schleife darf also nicht über das Length-Property iterieren. Deswegen also wird das außen vor gelassen. Und was ihr daran seht ist, die forIn-Schleife iteriert über jedes Property und guckt dann aber erstmal, ob es überhaupt über dieses Property iterieren darf oder nicht. Außerdem guckt euch mal cast an. Hier haben wir das Property Database und wenn wir dann uns das Prototype angucken, haben wir hier das Property Database und das Property Insert. Und wenn wir uns dann das Prototype angucken, haben wir hier die Properties delete, update und wear. Die forIn-Schleife hat aber all diese Properties ausgegeben. Das heißt, die forIn-Schleife geht sogar dann auch noch durch die Prototype-Chain durch und iteriert dann auch über sämtliche geerbten Properties. Das alles fällt bei den anderen Schleifen weg. Also kein Wunder, dass die forIn-Schleife die langsamste Schleife überhaupt ist. Jetzt möchte ich mal, dass ihr folgendes ausprobiert. Wir nehmen nochmal die forIn-Schleife und statt cast schreiben wir jetzt this hin. Wir befinden uns in keiner Funktion, die zu irgendeinem Objekt gehört. Das heißt, worauf sollte sich this hier beziehen? Probieren wir's mal aus und gucken, was passiert. Es funktioniert tatsächlich. Wir bekommen hier eine Ausgabe und zwar eine massenweise Ausgabe. Wir bekommen hier lauter Keys, die zu irgendeinem Objekt zu gehören scheinen. Gucken wir mal nach, was this ist. This ist das Objekt des Global Scope, des globalen Geltungsbereichs. In Browsern ist das das Window-Objekt. Jede Funktion, die wir benutzt haben, um irgendwas darzustellen, also alert oder jetzt console.log, ist tatsächlich ein Property des Window-Objekts. Und bei Properties des Window-Objekts braucht man nicht Window vorzuschreiben, weil das global verfügbar ist, die ganzen Properties. Aber was genau ist dieses Window-Objekt? Das Window-Objekt steht in gewisser Weise für euer Browser-Fenster, Window heißt ja auch Fenster. Und in eurem Browser-Fenster befindet sich eine Webseite, ein Webdokument. Und bei Window gibt es auch so eine Property namens Document. Und da bekommen wir was zurück und wenn wir da rüber gehen, wird die Webseite plötzlich mit blau überlegt. Wenn ihr HTML könnt, wisst ihr, dass HTML-Dokumente einen Buddy haben und dieser Buddy hat mehrere Kinder. Und was ich jetzt zum Beispiel machen kann, ist, ich kann das erste Kind nehmen und folgendes schreiben und jetzt habe ich die Webseite verändert. Ich kann auf jedes Element auf dieser Webseite zugreifen und es verändern oder entfernen oder sonst was machen. Ich kann auch neue Elemente einfügen, denn es gibt eine Programmierschnittstelle, eine API, über die jedes Element von der Webseite in JavaScript durch ein Objekt repräsentiert wird. Und diese API heißt Document Object Model, abgekürzt DOM. Und das ist, wo Frontend Webdevelopment beginnt und wo ich mit dieser Videoserie aufhöre. Das ist das vorletzte Video, im nächsten Video gibt's nochmal einen Überblick über die gesamte Serie. Um das nächste Video zu sehen, klickt jetzt hier in das große Feld in die Mitte oder falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, zum Beispiel bei CSS3HTML5.de, bleibt einfach dran.